Hi, in diesem Video wollen wir uns einmal paar Punkte anschauen, die mir so aufgefallen sind in Bezug hier auf das neue Smart Ladegerät von Lidl bzw. Parkside und hier dann auch den Akkus, halt auch im Zusammenhang neues Ladegerät, altes Ladegerät, auch alte Akkus vielleicht und neues Ladegerät und ja, dass wir uns da mal ein paar Besonderheiten vielleicht mal anschauen. Ich denke, mir ist da sicherlich noch nicht alles so weit aufgefallen und wahrscheinlich werde ich in diesem Video jetzt hier auch einiges natürlich vergessen. Allerdings, was natürlich auch wichtig ist, wäre zu schauen, auf welchem Stand man da so wo ist und da gehe ich gerade mal in den App Store und schaue mal nach der Lidl Home App, um dann hier zu sehen, dass die aktuelle Version die 1019 ist. Das ist dann schon mal die Lidl Home App. Ja, dann gehe ich hier einfach mal in der Lidl Home App auf das Ladegerät und schaue auch hier, was man da hier für eine Firmware hat und hier sehen wir halt Wi-Fi Modul 252, MCU Modul 107. Das ist jetzt hier aktuell der Stand von dem Ladegerät und es gibt da auch noch kein Update. Ja, beim Akku, hier zum Beispiel der 4 Amperestunden Akku, da gibt es dann wohl ein neues Update, das Domancy Optimation Update. Das habe ich hier auf diesem einem Akku noch nicht installiert. Ich muss auch mal gucken, genau, müsste wieder auch hier sein, auf Firmware überprüfen. Leider wird ja auch nicht angezeigt, was hier drauf ist. Das ist halt die normale Firma aus dem Auslieferungszustand und dann kann ich auch mal versuchen, hier auf den 5 Amper-, äh, auf den 8 Amperestunden Akku natürlich auch zu gehen. Und dann sagt er mir, er möchte nicht. Okay, obwohl ich den hier liegen habe. Er ist nicht tot, er muss aber geladen werden. Jetzt drücke ich mal 3 Sekunden die Taste, dann hat hier die orange Leuchte geleuchtet. Jetzt müsste mindestens Bluetooth, falls noch nicht aktiviert, wo aktiviert sein. Ich kann hier nochmal versuchen zu aktualisieren. Auch hier wird mir nur der 4 Amperestunden Akku als verfügbar angezeigt. Der 8 Amperestunden Akku nicht. Und das klappt jetzt auch erstmal nicht. Und das ist so eins der ersten Mankos, die ich gefunden habe, bzw. die mir so aufgefallen sind. Einerseits direkt nach dem Update der Firmware im Akku wurde der Akku nicht mehr gefunden. Und hin und wieder muss man den wohl auch einfach neu hinzufügen, was ich auch gerade mache. Jetzt wird dieser Akku noch einmal hinzugefügt, obwohl er schon mal hinzugefügt war. Und jetzt sehen wir auch, ist der 8 Amperestunden Akku fertig. Hier muss man jetzt dummerweise wieder auf Abbrechen gehen. Verstehe auch nicht, warum das nicht da irgendwas anderes gibt, wie OK Button oder so. Das heißt, die Menüführung ist ja auch noch nicht so optimal. Und dann, wenn ich jetzt auf diesen Akku draufgehe, dann bin ich jetzt hier drin und sehe, das passt jetzt so weit. Aber das ist halt auch irgendwie nicht so ganz sauber, das alles. Gut, dann können wir hier uns noch einen anderen Punkt anschauen. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal anschauen, das Ladegerät, das steckt jetzt hier einfach nur in der Steckdose. Und wir haben hier schon eine Leistungsaufnahme von so ungefähr 0,7. Das ist nicht besonders toll. Gut, auch nicht ganz schlecht. Aber das würde noch besser gehen. Allerdings habe ich hier dann noch ein anderes Ladegerät, so ein altes, mein allererstes, das PLG20A1. Wenn ich das hier allerdings noch mal einstecke, dann verbraucht das hier jetzt schon immerhin auch 1,2 Watt. Gerade wieder nichts, weil es nicht richtig drin ist. So, 1,1 Watt, 1,2 Watt, irgendwie sowas. Aktuell 1,1 Watt. Das heißt, das ist noch schlimmer. Und hier ist eigentlich fast nichts drin. Da wird weniger Elektronik und so drin sein. Und das Ding kann weniger Leistung als hier dieses Gerät. Das hat ja auch irgendwie mindestens ein Wi-Fi-Modul, was ja auch dann ganze Zeit an ist. Was dann dementsprechend auch mehr Energie irgendwo braucht. Und deswegen so gesehen ist das natürlich schon ein großer Schritt nach vorne, dass man dann von so einem kleinen Gerät, was da doch relativ wenig hat und und und. Gut. Jetzt, ja, doch so sparsam geworden irgendwo ist. Auch wenn das natürlich noch besser geht. Aber ja gut. Eine Verbesserung ist in sich das nicht schlecht. Aber hier würde sich natürlich auch anbieten, das Gerät nicht ganz Zeit eingesteckt zu lassen, sondern auszustecken. Ansonsten hat man da auch irgendwie dann einen Tagesverbrauch von 16, irgendwas Wattstunden. Da kann man dann auch zwei Stunden oder so ähnlich die Beleuchtung in irgendeinem Zimmer für einfach so brennen lassen oder was auch immer. Ja, und aufs Jahr summiert sich das natürlich schon ein bisschen klar. Es ist noch nicht die Welt, aber dennoch. Und ja, Komponenten sollten ja auch drin sein, die irgendwo einen Verschleiß haben, dadurch, dass die dann halt Strom haben. Und ja, Konsatoren oder sowas, die haben da halt meistens eine angegebene Lebensdauer in Stunden oder so. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema. Gut, aber dann wollen wir doch nochmal hier auf das Ladegerät gehen. Okay, das braucht gerade noch ein bisschen, weil wir das dummerweise ausgesteckt hatten. Das verbindet sich gerade mit dem WLAN. WLAN ist ja auch wieder ein Punkt. Hier die App, die gibt wohl öfter mal dann eine Benachrichtigung raus, dass das WLAN-Signal ein bisschen schwach ist oder so. Das ist auch ein bisschen nervig, da andere Geräte da eher kein Problem haben. Aber gut, jetzt wenigstens hat es geklappt. Was hier relativ gut funktioniert, ist hier diese 60% Ladung eigentlich, das zu aktivieren und so. Was jetzt halt ein bisschen blöd ist, ist hier in der App, die ist aktiviert und hier im Ladegerät, das leuchtet nicht. Das heißt eigentlich, wenn ich hier in der App das deaktiviere, ja, dann ist aus, dann stimmt diese. Anzeige hier und wenn ich es jetzt wieder aktiviere, dann hat man hoffentlich hier gesehen, dass direkt die grüne Anzeige, was auch ein Button ist, direkt signalisiert, dass man hier 60% Laden aktiviert hat. Ja und jetzt aktuell irgendwie hat das wieder recht schlecht reagiert. Jetzt geht es wieder. Das heißt, so von der allgemeinen Menüführung ist das alles auch noch so ein bisschen wie Kaugummi und nicht wirklich performant. Aber gut, lassen wir das mal, 60% Ladung und dann tun wir einfach mal den Akku hier einfach mal reinstecken und mit Vollgas einfach mal bis 60% vollladen. Dazu werde ich dann hier auch mal den Camcorder ein bisschen umstellen und ja, dann schauen wir doch mal, was sich hier so tut. Alles hier ein bisschen besser platzieren. Wie man jetzt hier sehen kann, ist der Akku jetzt hier definitiv jetzt hier auf 60% vollgeladen. Wie diese gelbe bzw. orangene LED leuchtet. Ladefunk ist halt abgeschlossen. Ja, hier leider in der Home-App im Smart-Ladegerät sieht man jetzt hier nicht, wie voll der Akku ist. Dazu werde ich hier mal die App kurz abschießen und nochmal neu öffnen. Und dann versuche ich hier nochmal auf das Ladegerät zu gehen. Und ja, das funktioniert noch immer nicht. Man sieht hier absolut nichts. Gut, dann können wir aber mal versuchen hier auf den Akku zu gehen. Und hier sieht man jetzt 76% ist er geladen. Das ist ein bisschen viel dafür, dass er eigentlich 60% haben soll. Ich meine, da können wir auch einfach nur eine Taste machen, nicht mit 60%, sondern mit beladen den nicht ganz voll. Zum Beispiel. Ja, dann verbleibende Laufzeit 17 Tage, eine Stunde, 36 Minuten. Okay, gut, kann sein. Der Akku hat sich hier auf 38 Grad erwärmt. Okay, da wurde hier auch mit Vollgas geballert. Gut, hier die Anzeige. Ja, hier sieht man natürlich auch wieder nichts. Die Anzeige hätte ich hier im Graphenmodus anlassen müssen. Dann vielleicht hätte man was gesehen. Scheinbar hier werden auch dann nur die aktuellen 5 Minuten oder so angezeigt. Gott sei Dank aktualisiert sich das halt. Aber dennoch, dann sieht man erst einmal, wenn man zum Beispiel was macht und das Handy auch anhat und beiseite legt. Nur die letzten 5 Minuten. Wäre halt schön, wenn man hier skalieren oder so könnte. Scheinbar die alten Daten sind dann halt futsch. Natürlich wäre auch irgendwie eine Exportfunktion schön. Oder auch eine Tabelle oder so. Halt einfach irgendwo ein bisschen mehr. Das wäre schon ganz schön. Ja, dann das finde ich halt ein bisschen schade hier mit dem Stift, dass da oben nur so ein kleiner Stift ist. Da denkt man sich, was ist das? Okay, gut. Muss man halt im Auge behalten. Und dann sieht man hier noch einmal den Stift. Und dann kann man halt hier was an der Symbolik ändern, an dem Namen ändern. Gut, Standort noch. Finde ich auch jetzt nicht so toll, wenn man hier auf Firmware prüfen geht. Okay, dann sagt er hier wenigstens kein Update verfügbar. Das scheint jetzt auch sich ein bisschen, glaube ich, entweder verbessert zu haben. Oder habe ich noch nicht mitbekommen. Wie sagt er wenigstens jetzt MCU-Modul 1.1.0 und Bluetooth-Modul 8.31. Okay, das finde ich schon mal gut. Da können wir aber gleich nochmal bei einem anderen Akku gucken, wie es ausschaut. Ja, das sind so auch noch ein paar Sachen, die hier so auffallen. Ja, gehen wir doch nochmal hier aufs Ladegerät und da sehen wir hier immer noch nichts. So, dann versuchen wir doch mal den Akku rauszuziehen. Mal schauen, wie voll der ist. Ja, das würde sogar passen. Dann schieben wir den mal wieder hier rein. Und ja, hier merken wir direkt ein Verhalten, was eigentlich ein No-Go für mich persönlich ist. Das Teil ist jetzt irgendwie angegangen. Es zeigt halt hier, Akku ist vollgeladen. Können wir meinen, er macht nichts. Aber der Lüfter läuft. Und ja, warum läuft der Lüfter? Das Ding wird wohl nicht entladen, weil wenn ich hier auch mal wieder zurückgehe in den Akku und dann hier mal den Akku auswähle und hier dann auf Informationen gehe, dann sehe ich aktueller Ladestrom 0 Ampere, aktueller Endladestrom 0 Ampere. Das ist auch alles hier ein bisschen, nun ja. Wenigstens schreibt er hier auch 75 Prozent, okay, wie das Ladegerät hier auch. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, das geht so eigentlich nicht wirklich. Weil ich wollte den auf 60 Prozent aufladen und hier nicht auf die 75 Prozent. Und ich habe das auch schon erlebt, dass der Akku dann auch noch voller war. 95 Prozent oder irgendwie so etwas, auf wo man hier 60 Prozent eingestellt hat. Und das finde ich dann halt schon sehr schade. Und jetzt besonders ärgerlich, das Ladegerät macht nichts. Es zeigt an, dass eigentlich voll ist, weil hier die orangen LED leuchtet. Dadurch zeigt halt auch an, dass das Ding nicht nur voll ist, sondern auf 60 Prozent geladen. Und der Lüfter läuft. Also das muss auf jeden Fall nachgebessert werden. So, wenn man den dann halt wieder aussteckt, ist alles ruhig. Das ist schon mal gut. Gut, ansonsten das Gerät stinkt ein bisschen. Okay, gut, ich glaube, das war jetzt auch das erste Mal, wo ich dann mit Vollgas geladen habe. Hoffentlich geht der Gestank demnächst weg und das Gerät raucht nicht ab. Gut, das dazu. Dann können wir natürlich auch mal versuchen, hier diesen Akku mal zu nehmen und einzustecken. Wenn wir dann hier auch mal auf Smart Akku 4 Amperestunden gehen, dann sehen wir hier auch, gut, wieder das Update kommt. Was ich hier natürlich bei dieser ganzen Update-Information auch nicht so toll finde, ist, falls ich das nicht schon gesagt habe, diese Anzeige. Also die schreibt zur Aktualisierung gefunden, aber da wäre es vielleicht auch schön, wenn da ein Fenster kommt, so von wegen Aktualisierung gefunden. Aber ich weiß halt auch nicht, wie das aussieht, wenn es keine gibt. Da können wir gleich nochmal reingucken beim anderen Akku. Und dann die Informationen sind halt ein bisschen spärlich. Gut, man kann hier wenigstens aktualisieren und so, aber mehr Infos, was da wirklich sich ändert, wäre halt schön. Weil zum Beispiel auch, weiß ich noch gar nicht, wann die Bluetooth-Module in den Akkus selber sich vielleicht abschalten. Und durch ein Update könnte das auch anders sein. Man ist dann vielleicht gewohnt, dass das Ding sechs Stunden oder so anbleibt. Zumindest habe ich dann mal geschaut. Nach sechs Stunden war hier halt das Bluetooth-Modul tatsächlich noch an. Und dann wird das vielleicht geändert, dass das in zehn Minuten oder so ausgeht, wenn keine Kommunikation ist. Da muss man sich auch umstellen und da wundert man sich auch am Anfang, was ist denn da los, wenn es halt nicht klappt. Von daher wäre es halt schön, wenn auch da genauer stehen würde, was da jetzt wirklich mit den Updates los ist oder nicht. So, wie sieht es jetzt hier nochmal aus? Ach ja, genau, das ist natürlich nicht hier, sondern unter dem Stift. Firmware, gut, hier schreibt er dann halt so etwas. Und wenn eine da ist, dann geht man nochmal rein und dann schreibt er, dass eine Firmware da ist. Ja gut, muss man sich halt daran gewöhnen, könnte man wahrscheinlich auch ein wenig besser machen. Ja, dann hier die Statistik ist ein bisschen unten versteckt. Muss man wissen, dass man da noch nach unten gehen kann. Hier fragt sich natürlich auch, was als Ladezyklus zählt, was als Endladezyklus, weil zehnmal geladen habe ich den Akku bestimmt nicht. Am Anfang stand da auch kein allzu hoher Wert drin. Aber ja gut. Ja, dann wollen wir doch auch mal diesen Akku nochmal reintun. Auch gerne mal auf 60% vollladen. So, der fängt jetzt an mit dem Laden. Hier können wir auch mal auf das Ladegerät gehen. Hier gehen wir auch mal gut und gerne auf Expert bestätigen. Und hier ist dann halt auch noch ein Ding bei der App. Man kann dann hier halt einen Ladestrom einstellen. Zum Beispiel 0,1 Ampere. 0,1 Ampere ist natürlich ein bisschen wenig. Da kann man dann irgendwie 40 Stunden oder so ähnlich so einen Akku laden. Macht also nicht viel Sinn. Wahrscheinlich sogar noch länger. Kommt natürlich auch davon ab, wie effizient das Laden ist und Selbstentladung vom Akku und Verbrauch der integrierten Elektronik und, und, und. Aber jetzt ist das halt eingestellt. Aktueller Ladestrom ist bei 0,5 Ampere. Wenn wir jetzt hier auf den Akku gehen, dann können wir hier natürlich erstmal auf Abbrechen gehen. Aber unter Information sehen wir auch aktueller Ladestrom 0,5 Ampere. Das ist schön. Das scheint soweit zu funktionieren. Dann, okay, gut. Aber das Problem ist, warum kann ich hier 0,1 Ampere einstellen, aber er lädt mit 0,5 Ampere. Ich kann hier alles zwischen 0,1 und 0,5 Ampere einstellen. Er wird immer mit 0,5 Ampere laden. Wenn ich auf 0,5 Ampere gehe, dann sieht man, dass er das hier tatsächlich umstellt. Und wenn wir dann halt hier auch nochmal in die Akku App gehen, auf Information, dann sehen wir auch hier mit 0,6 Ampere Leder. Also das ist schon richtig nice. Das funktioniert soweit ganz gut. Allerdings hier die ersten Punkte 0,1 bis 0,4 Ampere einstellbarer Ladestrom. Die müssten wirklich rausfliegen. Das macht so keinen Sinn. So, Ladespannung, leider zeigt er auch 0 Volt an. Ja, ist auch ein bisschen schlecht. Zeit bis vollgeladen. Irgendwas 4 Minuten, meint er hier schreiben zu dürfen. 0 Prozent. Das ist auch irgendwie, funktioniert alles gerade nicht so gut. Und das sind so die paar Probleme, die man hier so hat. Gut. Aber lassen wir den jetzt hier einfach mal laden. Und schauen einfach mal hier in der Akku App, wie sich das hier so macht. Temperatur, Ladestrom. Ja, hier leider sieht man auch kaum, dass hier irgendwie im Grafen Ladestrom ist. Gut, man sieht da schon etwas. Aber da wäre eine feinere Unterteilung gut. Oder wenn man skalieren könnte. Oder wenn da nochmal stehen würde, aktuell, wie viel Ladestrom das ist. Das ist halt gerade nicht so ganz toll. Inladestrom stimmt. Kapazität, die können wir uns auch mal anschauen. Und die ganze Kiste jetzt auch mal so erstmal laden lassen. Und weiter beobachten. Kapazität, die können wir uns auch mal anschauen. верt. Mittlerweile ist jetzt dieser Akku auch aufgeladen. Hier das Lagergerät zeigt auch wieder hier vollgeladen. 65 Prozent. Schade, man sieht es jetzt nicht mehr, aber hier gab es irgendwie so einen komischen Sprung. Muss ich mal im Video vielleicht mal versuchen, das irgendwie rauszunehmen. Das müsste da irgendwo mindestens kurz mal drauf sein. Was zeigt denn der Akku jetzt hier aktuell? 85 Prozent. Beim letzten 75, hier jetzt 85, bei einem anderen 95. Ja, das ist irgendwie alles so ein bisschen nicht so toll. Ja, was hier jetzt? 0 Prozent. Aber der Akku ist auch eingesteckt und überhaupt, was ist da los? Ja, und da sieht man hier halt so die ganze App, das scheint alles noch so ein bisschen unausgereift zu sein. Funktioniert nicht alles so wirklich. Teilweise läuft es hakelig. Ich hatte da auch dann schon andere Fehler. Da muss ich die App dann auch komplett abschießen, neu starten, damit es dann auch wieder ging. Sind erstmal nur Kleinigkeiten. Ist nervig. Ja gut, was heißt nur Kleinigkeiten? Das hier mit diesen 60 Prozent, das finde ich schon, ist ein Feature. Das sollte wirklich funktionieren. Und das wäre auch mitunter eine Stärke dieses Ladegeräts. Natürlich ist das Laderät noch immer ziemlich gut. Hat mindestens den Vorteil, dass es halt so einen hohen Ladestrom hat. Und dass man dementsprechend dann auch die neuesten Akkus, also zum Beispiel den 8 Amperestunden Akku, auch voll laden kann. Okay, hier zeigt er jetzt hier nur die zwei LEDs an, obwohl das schon bei 85 Prozent scheinbar ist. Wenn ich hier reinstecke, auch wieder das gleiche Phänomen. Und ja, das ist natürlich schon nicht so toll. Dann das nächste, was ich hier vielleicht dann noch zeige. Dazu hole ich dann auch vielleicht nochmal einen anderen Akku, der hier nicht so voll geladen ist. Der müsste jetzt auch geladen werden. Den stecke ich jetzt hier mal rein. Gehe aber auch mal gerne hier auf diesen Eco-Modus. Lade ihn. Ja, jetzt wird hier angezeigt, 17 Prozent hat dieser Akku wohl noch. Ja, man möchte ihn hier auf 60 Prozent laden. Und es ist halt ein bisschen schade. Hier wird jetzt auch nicht angezeigt, wie hier so die Zeit bis zum Vollladen ist. Dann tun wir doch mal hier nochmal wieder ruhig auf Performance bestätigen. So, und dann sieht man hier auch direkt, die LED ist ausgegangen. Der Lüfter läuft anders. Und ja, der lädt jetzt halt mit mehr Strom, mit 6 Amperen. Zeit bis Vollgeladen kann er leider immer noch nicht anzeigen. Ich versuche ihn mal rauszustecken und wieder reinzustecken. Dann zeigt er hier 30 Prozent, 33 Minuten. Dann eigentlich, wenn ich hier den 60-Prozent-Modus rausnehme, also den Akku auf 100 Prozent und nicht auf 60 Prozent laden möchte, dann sollte hier auch die Zeit eigentlich höher gehen. Weil ich lade den nicht zu 100 Prozent voll, nur noch zu 60 Prozent. Und bei 60 Prozent ist er ja eigentlich für mich vollgeladen, weil ich das so möchte. Und er wird dann auch nicht mehr weitergeladen. Also ich ziehe ihn dann raus und die Sache ist abgeschlossen. Aber wie man hier so sieht, wenn man hier diese 60 Prozent Ladung aktiviert oder nicht oder so, das macht hier von dieser Minutenanzeige absolut keinen Unterschied. Und natürlich auch hier diese Push-Benachrichtigung, die man machen kann bei 100 Prozent vollgeladen, ja, die ist halt für 100 Prozent vollgeladen, aber nicht für 60 Prozent. Das heißt, wenn ich hier auf 60 Prozent den vollladen möchte, dann kriege ich im Normalfall nie eine Push-Nachricht, weil dann lande ich vielleicht bei 75, 85, 95 Prozent, aber nicht bei 100 Prozent. Und das ist auch wieder eine richtig große Schwäche und irgendwo der Hauptkritikpunkt aktuell, was allerdings sicherlich schnell mit einem Software-Update behoben werden können sollte. Das andere natürlich, was ein bisschen schade ist, ist, wenn man dann halt einen Akku hat, der dann vielleicht ziemlich vollgeladen ist und man den auf 60 Prozent bringen möchte, dann wäre es vielleicht schön, wenn das Ladegerät nicht einfach hier den Lüfter einschaltet, sagt der Akku ist 60 Prozent geladen oder so, sondern dass dann hier vielleicht alle drei LEDs blinken oder so und das Ladegerät signalisiert, der Akku wird, wenn er zu viel hat, auf 60 Prozent entladen zum Lagern. Dass ich mir den nehmen kann, halbes Jahr irgendwo in den Schrank stelle und dann, wenn ich mein Loch machen muss in die Wand, einfach da loslegen kann und mein Akku irgendwo maximal geschont wird, auch wenn er dann halt mal liegt. Aber ja, keine Ahnung, ob das Ladegerät überhaupt diese Funktionalität unterstützt. Wahrscheinlich nicht. Sprich, wenn ich dann so einen Akku habe und merke, ich habe jetzt keine Zeit, der muss länger rumliegen, dann muss ich mir irgendein Gerät schnappen, den Akku einlegen und das Gerät laufen lassen und immer wieder mal überprüfen, wo der Akku quasi ist oder halt den so weit entladen, dass ich sagen kann, jetzt tue ich den noch ins Ladegerät und lade den wieder auf 60 Prozent auf. Also ja, kann man sich da halt ein bisschen streiten, wäre natürlich komfortabler, wenn ich dann wirklich auch mit diesem Ladegerät auf 60 Prozent runter entladen könnte. Gut, aber dann haben wir natürlich auch noch die Nicht-Smart-Akkus. Da können wir ja natürlich auch mal gucken, was dann hiermit so ist. Ja, und hier sieht man natürlich, dass man hier schon mal gar keine Anzeige hat. Hier wird nicht angezeigt, von wegen, wie warm der Akku ist. Okay, gut, der Akku hat dann wohl nicht dementsprechend den Temperaturfühler. Drei Minuten bis zur vollständigen Ladung, garantiert nicht, 0 Prozent, könnte stimmen. Aber hier habe ich auch schon mal geguckt, hier stimmt fast nichts. Minutenanzeige nicht, Prozentanzeige nicht. Wenigstens, oh ne, noch nicht mal den aktuellen Ladestrom sieht man. Auch der wird hier nicht angezeigt in der App. Das ist schon irgendwie doch sehr schwach. Man kann hier hoffentlich im Expertenmodus einen anderen Ladestrom einstellen. Zum Beispiel unsere 500 mA. Ah, jetzt wird auch wenigstens schon mal angezeigt. Das ist immerhin etwas. Okay, da war auch wieder gerade ein kleiner Fehler. Ist dann halt wieder auch so die App. Ladespannung wird hier aktuell leider auch nicht angezeigt. Da war ich auch gar nicht aktuell, wie das aussah, ob die hier angezeigt wird. Aber schreibt das auch gerne in die Kommentare, wie es bei euch ausschaut. Und wer weiß, vielleicht habe ich euch ja da ja so ein bisschen sensibilisiert. Gut, aber um nochmal auf die Smart Akkus zu kommen. Natürlich möchte man dann auch so einen Smart Akku verwenden. Hier zum Beispiel hier in dieser Performance Säbelsäge. Und wenn ich dann diesen gerade hier aufgeladenen 8 Amperestunden Akku hier reinmache. Ja, er ist drin. Und das Gerät funktioniert. Aber wie gucke ich denn jetzt, wie voll der Akku ist? Hier mein Schalter, da sehe ich nur so eine kleine Ecke. Da brauche ich einen Zahnstocher, um hier drauf zu drücken. Oder muss wirklich den ein bisschen rausziehen, gucken, wie voll er noch ist und den wieder reinlegen. Das ist so ein bisschen nicht smart, auch wenn das ein smarter Akku ist. Dann finde ich das doch ziemlich unsmart. Gut, aber jetzt haben wir diesen Akku drin. Jetzt können wir natürlich auch mal in der App versuchen, auf den Akku zu gehen. 8 Amperestunden, klappt sogar. So, jetzt steht hier bereit. Okay. Dann, ich hoffe man sieht es. Jetzt steht da entladen. Ich mache hiermit halt etwas. Okay. Das stimmt sogar. Verbleibende Laufzeit. Wahrscheinlich ist hier auch ein bisschen träge. Müsste man gucken. Wenn ich auf Informationen gehe, dann sehe ich hier aktueller Ladestrom. Ah, und aktueller Endladestrom. Und da sieht man jetzt wenigstens auch, da hat sich tatsächlich etwas getan. Da hat man tatsächlich auch mal 1 Ampere gesehen. Könnte vielleicht hinhauen. Hier wäre es aber auf jeden Fall schön, wenn die Anzeige genauer wäre und nicht nur Ampere anzeigen würde, sondern vielleicht auch 100 Milliampere. Wünschenswerterweise natürlich noch ein bisschen weniger. Ich habe aber auch mal an diesen Akku mal was anderes angeklemmt, an Plus und Minus. Und den dann auch mit 2, fast 3 Amperen mal entladen. Und da wurde hier aktueller Entladestrom gar nichts angezeigt. Und auch hier stand nur bereit, auch nicht, dass da gerade irgendwie entladen wird oder ein Gebrauch oder so ist. Das fand ich schon ein bisschen schwach. Und ja, auch da kann man sich natürlich nur eine Optimierung wünschen. So, dann habe ich hier noch die andere Säbelsäge, die normale. Hier ist es dann halt kein Problem mit dem Button, da kann man einfach drauf drücken. Und dann sieht man, wie voll der ist. Und dann weiß man, wie lange man noch arbeiten kann. Und wenn wir das Gerät hier schon mal direkt hier vor uns liegen haben, dann können wir mal gucken, was wir hier beim aktueller Entladestrom sehen. Und da sehen wir sogar mal 4 Ampere. Das heißt, ich würde mal sagen, wahrscheinlich die Anzeige geht nur in Ampere-Schritten. Und mit solchen Geräten scheinbar funktioniert es irgendwo so ein bisschen. Dann muss ich das mal ein bisschen im Auge behalten und vielleicht auch mal einen Graph machen, während man irgendwie arbeitet oder so, dass man dann da vielleicht ein bisschen was besser abschätzen kann. Dann kann man natürlich auch mal versuchen, so einen Smart-Akku ins alte Ladegerät reinzutun. Auch mal gerne den hier vielleicht altes Ladegerät mal nehmen. Natürlich kann man in diesem neuen Ladegerät alte Akkus laden, neue Akkus laden. Das ist Gott sei Dank kein Problem. So, dann schauen wir doch mal. Oh, da kriegen wir jetzt hier aktuell ein Problem wieder. Dann, ja, wieder das alte Spiel. Geht nicht. Hier gucke ich mal, ob Bluetooth aktiviert ist. Bluetooth ist ja aktiviert. Dann gehen wir hier nochmal rein. Es möchte einfach nicht. Die einen sagen vielleicht Vorführeffekt, die anderen sagen, das Ding braucht ein Update. Ja, geht nicht. Deswegen hier wieder auf Plus. Der Akku wird gefunden, weil Bluetooth aktiviert ist. Gehen Sie auf Hinzufügen. Hinzufügen. Wird verbunden. Okay, gut. Es dauert halt wieder ein bisschen. Ist halt ein bisschen nervig. Fertig. Fertig. Ja, fertig dachte ich. Und warum muss ich jetzt hier wieder auf Abbrechen gehen? Bisschen umständlich. Aber okay. Updaten wollen wir jetzt gerade nicht. Jetzt haben wir diesen Akku. 84%. Neun Tage, eine Stunde, was auch immer. Dann tun wir den hier einfach mal in das alte Ladegerät einlegen. Und wir sehen, es lädt. Gut. Dann gucken wir hier unter Information. Aktueller Ladestrom. Da sollte jetzt eigentlich 2,4 Ampere stehen. Weil das ist genau das, was dieses Ladegerät jetzt eigentlich reinladen sollte. Es sei denn, er sieht, dass der Akku ziemlich voll ist. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen weniger. Ja, dann generell wäre es schön, wenn das neue Ladegerät auch 5 GHz WLAN hätte. Aktuell ist es so, dass nur 2,4 GHz kann. Wenn man jetzt ein WLAN-Netzwerk hat, wo auch mit das 5 GHz Netzwerk aktiv ist. Und sich dann vielleicht auch eine SSID und sowas teilen. Dann muss man dieses 5 GHz WLAN-Netz deaktivieren. Das ist alles ein bisschen umständlich. Muss man gucken, wo die Optionen sind. Deaktivieren. Dann fliegen alle 5 GHz Geräte aus dem 5 GHz WLAN raus. Ja, dann muss man hier das Ganze einrichten. Gut. Das FIN in der App hat dann gut geklappt. Natürlich darf die App dabei auch nicht auf sein. Man muss die dann, wenn 5 GHz deaktiviert wurde, am besten neu starten. Dann klappt das in der Regel und dann kann man wieder 5 GHz aktivieren. Und eventuell muss man dann wieder zusehen, dass nach Möglichkeit, weil 5 GHz irgendwo besser ist, dass wieder seine Geräte, die 5 GHz können, wieder in dieses Netzwerk reinkommen. Gut. Dann, ja, ein Access Point für das Ding wäre ganz schön, falls man kein WLAN hat. Dass das Ding ein Access Point ist und dass man da halt mit seinem Handy dann zum Beispiel direkt drauf gehen kann und dann das bedienen kann ohne WLAN. Dann, vielleicht geht es. Irgendwie habe ich da mal am Anfang etwas gesehen von einem Access Point, aber auch nur in der App stand da ein Hinweis, wie man es machen soll. Und dann unter WLAN-Netzwerke wurde nichts gefunden. Vielleicht kommt das ja noch in Zukunft. Wäre auf jeden Fall ein gutes Feature. Aber vielleicht hat der ja schon der eine oder andere eine Erfahrung gemacht und kann da nochmal berichten. Ansonsten müsste ich da auch nochmal selber mich hier reinhängen und gucken, wie es da aussieht. Was ich halt natürlich noch richtig gut fände, wäre, wenn hier eine Art Webinterface oder so wäre, wo man von dem Gerät einfach eine IP-Adresse in seinen Browser eingeben kann. Wo man dann auch alle möglichen Parameter oder so einstellen kann, umändern kann, einsehen kann. Dann bräuchte man wenigstens nicht die Home-App. Dann könnte man das auch zum Beispiel von seinem Windows-Rechner oder so direkt machen. Das fände ich eigentlich dann auch ganz schön. Aber ja, auch da müssen wir mal schauen. Dann generell bin ich natürlich auch gespannt, wie das weiterhin dann auch aussieht mit eventuell Smart-Geräten. Gut, jetzt hier der Akku, der hat irgendwie einen Entladestrom anzeigen können. Aber die Frage ist dann, was machen dann noch Smart-Geräte in Zusammenarbeit mit diesem Akku? Hier scheinbar auch, wenn man den maximalen Entladestrom begrenzt, dann wird wahrscheinlich auch nur ein Signal an das entsprechende Gerät aktuell gesendet. Was sagt, schalte ab oder so, quasi über eine Übertemperatur oder Akku-Not-Good-Signal, so nach dem Motto. Da wäre ich auch mal gespannt. Auf jeden Fall, für mich wäre das aktuell halt blöd, weil ich sehe zu, dass ich dann halt mein Geräte-Fuhlpack wieder auf mir aufbaue. Und ja, muss man halt mal schauen, bin ich mal gespannt. Kann natürlich auch noch ein bisschen dauern. Und dann wäre auch die Frage, was die dann halt können, falls überhaupt irgendwas ist. Ja, dann ist mir halt auch aufgefallen, die Akkus, die scheinen sich halt stärker selber zu entladen. Wäre natürlich schön, wenn irgendwie die App dann das auslesen würde und dann halt sagen würde, hier guck mal nach deinem Akku, sonst ist da bald Fritte. Gut, meistens schwer, weil Akku müsste in Reichweite liegen, Handy müsste gerade am Start sein und, und, und. Gut, könnte man eher sagen, vielleicht, dass man in der App dann eine Benachrichtigung machen kann nach einer berechneten Zeit, wie lange der Akku halt noch durchhalten soll. Ist halt das Problem, wenn man den Akku mal zwischenzeitlich verwendet hat, dann stimmt das natürlich nicht mehr. Und ja, deswegen, man muss da ja halt nicht mit der App immer reingehen und gucken, wie lange der noch durchhalten soll oder so. Und mit einem Push wäre es dann auch problematisch. Ja, deswegen, man müsste halt wirklich herausfinden, wie lange die Akkus liegen dürfen. Und dann wahrscheinlich das Klügste ist es wirklich, sich irgendwie eine Erinnerungsfunktion im Handy einzurichten, wo dann steht, Akkus nachladen, damit man die nicht versaubeutet durch Tiefentladung. Ja, generell, die App, ja, die, die läuft halt auch nicht so ganz toll. Das wurde halt auch schon gesagt, die stürzt ein paar Mal ab. Und sonst irgendetwas ist dann halt auch ein bisschen problematisch. Deswegen generell gibt es da viel Verbesserungspotenzial. Ich denke, ich habe da schon einige Sachen gesehen, wo ich mir wirklich wünsche, dass das verbessert wird. Das mit der 60% Aufladung, das sehe ich wirklich sehr kritisch. Das war eigentlich so eine Hauptfunktion, so eine Art Powerfeature von dem Gerät, weswegen ich auch jedem empfehlen würde, der mit seinen Akkus da pfleglich umgehen möchte und so, sich dann doch sowas anzuschaffen. Auch wenn man nicht unbedingt den 8 Amperestunden Smart Akku hat. Aber ja, da muss wirklich nachgeliefert werden. Ich hoffe, das wird dann auch demnächst passieren. Aber ich würde mich da wirklich sehr über eure Erfahrungen freuen. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwas anderes entdeckt. Oder bei euch läuft alles direkt perfekt oder was auch immer. Also ich würde mich da über massiv Kommentare freuen. Und ja, ansonsten, das Video ist jetzt ein bisschen länger wie gedacht. Deswegen sage ich schon mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.